Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Medienberichte zum Ausbau des Rhein-Energie-Stadions dementiert. Punkt, 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 Punkt. Es gibt verschiedene Überlegungen, aber keinen neuen Stand zu verkünden, wird Geschäftsführer Alexander Welle in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Punkt, 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 Punkt. Zuvor hatte Club-Präsident Werner Spinner gegenüber dem WDR angekündigt, eine weitere Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Punkt, 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 Punkt. Trotz des Abstiegs aus der Bundesliga ist eine Erhöhung der Zuschauerkapazität von 50.000 auf 60.000 Plätze im Gespräch. Punkt, 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 Punkt. Sollte es möglich sein, eine neue Machbarkeitsstudie zu beauftragen, die hier weiterhilft, dann würde der FC das selbstverständlich unterstützen. So weit sind wir jedoch noch nicht, sagte Werle. Punkt, 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 Punkt. Zurzeit befänden sich die Rheinländer demnach noch in einer fachlich-internen Diskussion, ehe man diese in der Öffentlichkeit führen wolle. Punkt, 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 Punkt. Zuvor hatte der Express nach eigenen Informationen berichtet, dass ein Ausbau wegen der Lärmschutzvorschriften nur möglich sei, wenn das Stadion ein Dach bekäme. Punkt, 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 Punkt. Eine solche Konstruktion soll zwischen 40 bis 60 Millionen Euro kosten. Punkt, 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 Punkt. In einer ersten Machbarkeitsstudie waren Probleme wegen des Lärmschutzes und der Verkehrsproblematik aufgetaucht. Punkt, 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 Punkt. Der Plan, ein neues Stadion zu bauen, möglicherweise außerhalb der Stadtgrenzen, wird dagegen wohl nicht mehr weiterverfolgt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt Untertitelung. BR 2018